Hey Arctos, hier ist es draußen wirklich wunderschön. Möchtest du mit meinen Pokémon spielen? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu! Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Wow, Pikachu, wie geht's dir? Pikachu ist total aufgedreht und schwingt das Tanzbein. Ja, zu Recht, denn in der letzten Folge haben wir es geschafft. Wir haben das legendäre Arctos gefangen. Und als erstes geht's los nach Prismania City. Denn dort müssen wir in das Einkaufszentrum, um uns endlich den Donnerstein zu holen. Denn wir haben ja noch das kleine Evoli, das uns hinterherläuft. Unsere Thundercloud oder unser Thundercloud. Und unser kleines Evoli braucht einen Entwicklungsstein, Sonst kann es sich nicht in die dritte und in dieser Edition letzte Evoli-Entwicklung weiterentwickeln. So, Trainerabteilung, Geschenkartikel, aha. Ich hab tatsächlich vergessen, in welcher Abteilung es Steine gab. Theoretisch in der Trainerabteilung, oder? Also Videospiele nicht. Das muss in der... Oder Geschenkartikel. Wobei, das ist ja kein Geschenk. Das muss eigentlich hier sein. Wobei, das damals in meinem vierten Abteil, also in der vierten Etage war. Da kann ich TMs kaufen. Okay. Die eine ist schon ausverkauft. Die hab ich ja schon. Ne, das brauch ich jetzt nicht. Entschuldigen Sie. Ja, was suchst du denn? Ich suche ja eigentlich Steine. Entwicklungssteine. Oh ja, die gibt's weiter oben. Äh, ja, gut. Ich mein, hier gibt's ja anscheinend sonst nichts. Gut. Dann müssen wir hoch. Evoli läuft uns strahlen und freudig hinterher. Das find ich toll. Hier sind zwei Kids. Ah ja, rechte Hand, ne? Hast du von mir bekommen. Ja. Eine nicht ganz so besondere TM, wie ich finde. Das brauchen wir nicht. Aber trotzdem danke. Ich hatte das immer so gern dabei. Da... Oh, Evoli. Alles gut? Der Thundercloud ist irgendwie voller Vorfreude. Ja, zu Recht. Weil Thundercloud weiß, was heute passieren wird. Ah ja, herzlich willkommen. Möchtest du Steine kaufen? Ja, endlich. Einen Donnerstein hätte ich gerne. Nehmen gleich zwei mit. Man weiß ja nie. Irgendwo für... Für irgendein Pokémon braucht man doch wieder einen Stein. Feuersteine. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht für einen Wullpix. Wassersteine. Es gibt so viele Wasser-Pokémon, die sich mit Wassersteinen entwickeln. Sterndu, glaube ich. Und viele andere. Blattstein. Man weiß ja nie. Vielleicht für einen Ultrigarier. Gut, das war's. Dankeschön. Eistein brauche ich nicht. Ich glaube nur... Vielleicht sind da noch. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Wullpix braucht einen Eistein für Wullnona. So, ab jetzt ist es soweit. Wir setzen einen Donnerstein ein. Achtung. Jetzt wird's spannend. Wui. Thunder Cloud entwickelt sich. Unser kleines, süßes, putziges Evoli. Das dritte Evoli übrigens. Und es wird zu... Blitzer. Wow. Eine wunderschöne Evoli-Entwicklung. Blitzer ist übrigens das schnellste der Evoli-Entwicklungen. Zumindest von den dreien. Ich glaube sogar von allen. Blitzer. Blitzer. Schon geringste Reize lösen bei Blitzerwut oder Trauer aus. Wenn seine Gefühlslage umschlägt, baut sich stets Elektrizität auf. Okay. Spannend. Thunder Cloud versucht Donnershock zu erlernen. Donnershock ist leider eine Attacke, die nicht sonderlich stark ist. Daher greift lieber zu den TMs aus eurer TM-Box. Wie zum Beispiel Donnerblitz. Viel besser. Und dann vielleicht noch Spukball. Spukball ist auch eine schöne Attacke. Die passt gut zu Blitzer. Und dann haben wir soweit alles. Donnerblitz erlernen. Sehr gut. Ja, Spukball ist natürlich... Wobei... Ja, komm. Wir machen Spukball drauf. Falls wir mal gegen ein Pokémon wie ein... Zum Beispiel... Boden-Pokémon kämpfen. Ja, Pflanze oder Wasser wäre besser. Aber haben wir nicht. Siedewasser kann Thunder Cloud ja nicht erlernen. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Komm mit Blitzer. Jetzt läuft uns ein Blitzer hinterher. Wie cool ist das denn? Echt, echt stark. Aber ich wechsle heute noch aus. Denn ich möchte auch mein neues legendäres Pokémon mitnehmen. Meine Lieben, hier der Hinweis. Wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch. Und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Damit ihr keine spannenden und lustigen Videos mehr verpasst. So, aber jetzt erstmal raus. Denn jetzt setzen wir unsere Reise fort. Wir brauchen erstmal wieder... Ein Teamwechsel auch. Das würde ich jetzt gerne vornehmen. Ich habe ja nämlich mein legendäres Pokémon. Und auch legendäre Pokémon sollen für eine kurze Zeit ins Team. Und legendäre Pokémon bekommen Namen, die einfach... Von euch sind. Die fleißig kommentieren. Und du kannst es schon sehen, lieber... Leoib. Leoib. Ich kann deinen Namen bis heute nicht. Einmal wusste ich es, dann habe ich es wieder vergessen. Ich nenne dich so, wie du heißt. Leoib Schoki. Du bist Arctos. Ich hoffe, du magst Arctos. Das weiß ich natürlich nicht. Aber du kommentierst sehr, sehr ausführlich. Seit der allerersten Folge. Und du hast es auf jeden Fall verdient, ein legendäres Pokémon zu sein. Komm mal aus dem Pokéball. So, schaut mal. Jetzt läuft mir gleich Arctos hinterher. Pikachu, was suchst du? Pikachu blickt hektisch umher. Pikachu, wir werden jetzt erstmal weiterfliegen. In der letzten Folge haben wir ja beschlossen, dass wir nach den Seeschauminseln noch die Routen erkunden. Also theoretisch könnten wir von Lavandia oder Orania darüber. Aber wir machen das von hinten. Sprich, von Fuchsania City. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich möchte es nicht so kompliziert machen. So. Zurück in Fuchsania City. Und wer fliegt uns hinterher? Unser riesiges Arctos. Gigantisch und toll. Arctos, bei dir alles klar da oben in der Luft? Gute 15. Leopschoki, start dich an. Möchtest du das ansprechen? Ja, klar. Wie geht's dir? Oh, süß. Leopschoki hat freundlich geantwortet. Okay, komm mit Arctos. Yay. Übrigens ist diese Routenmusik meine Lieblingsmusik im ganzen Spiel. Bist du das Mädchen, das an Professor Ice Pokédex arbeitet? Einer von seinen Assistenten war vorhin bei mir. Vielleicht ist er ja noch oben. Okay, wir schauen mal nach. Komm mit Arctos. Flieg einfach mal durch das Gebäude. In Fuchsania City gibt es so viele seltenen Pokémon, das ist einfach der Knaller. Leider ist es verboten, die Pokémon zu fangen, die in der Stadt leben. Oh, schade. Hallo Katze, erinnerst du dich an mich? Ich bin Professor Ice Assistent. Er hat mir gesagt, ich soll dir ein tolles Item geben, wenn du mindestens 50 Pokémon-Arten in deinem Pokédex registriert hast. Also, wie sieht's aus? Hast du 50 verschiedene Pokémon gefangen? Ja, klar, natürlich. Lass mal sehen. Wow, wirklich? Lass mich mal einen Blick in deinen Pokédex werfen. Beeindruckend. Du hast bisher ganze 84 Pokémon-Arten gefangen. Glückwunsch. Dann gebe ich dir jetzt wie versprochen... Wow, Nanu! Wo ist es denn? Unmöglich. Habe ich es etwa verloren? Das tut mir sehr leid. Was mache ich jetzt nur? Also, ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Ah, ich hab's. Ui! Was geht jetzt ab? Hier, bitte. Du erhältst ein Assistentenset von Professor Ice Assistenten. Danke. Ich habe versucht, meinen Kittel für dich und dein Pokémon anzupassen. Mein geliebter Kittel. Pass gut auf ihn auf. Der ist Leute in seinen Straßenklamotten rum. Interessanterweise hat er auch seine Brille abgegeben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich gleich eine Brille tragen werde. Weil ich glaube nämlich nicht. Formeller Hut, Assistentenhut. Sieht fast aus wie ein Safari-Hut, wie ich finde. Aber sei es drum, so soll es eben sein. Assistentenshirt. Auch das sieht unserem Pikachu irgendwie sehr ähnlich. Also ähnlich im Sinne von, äh, es steht ihm. So, Assistenten-Oberteil. Auch das sieht super aus. Und dann haben wir noch die Assistenten-Shorts. Die Assistenten-Schuhe. Und dann gibt es noch die Assistententasche. Und wie ihr sehen könnt, es gibt natürlich keine Assistenten-Brille. Vielleicht gibt es Brillen im Einkaufszentrum. Und ich allerdings bin mir da gar nicht so sicher, deswegen. Ich muss mich da enthalten. Taubsis! Und mittendrin ein Arctos. So, mal sehen, welche Trainer hier auf uns warten. Da ist schon mal eine Vogelfängerin. Oder ein Vogelfänger. Wenn ich pfeife, kann ich Vogelpokémon herbeirufen. Okay. Äh, das ist interessant. Also kannst du jedes Vogelpokémon herbeirufen? Aber klar doch, ich bin Dominik. Und das ist mein Dodri. Ich hab leider nur Dodri. Ach, ist doch nicht so schlimm. Los, Alex! Tja, jetzt hab ich natürlich die Befürchtung, dass Alex mit einer Flugattacke besiegt wird. Ich könnte es aber riskieren. Und ich probier's auch mal. Oh, 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 wow. Wow, ja. Ich sag mal nichts dazu. Das ging jetzt etwas in die Hose. Aber ein gekonnter Donnerblitz sollte ausreichen. Los geht's, Thundercloud! Mein schönes Blitzer! Jetzt gibt's erstmal einen saftigen Donnerblitz von Blitzer. Wursch! Auf die Bretter geschickt. Tschüss, Dodri! So schnell kann es manchmal gehen. Thundercloud kriegt massig Erfahrungspunkte. Hätten wir nicht stattdessen im Pfeifen gegeneinander antreten können? Ja, kann man so sagen. Okay. Arctos. Vielleicht bin ich einfach keine Kämpfernatur. Arctos, du kommst auch noch ins Spiel. Blutzug! Wie süß. Blutzug. Haben wir ja schon mal gehabt und schon mal trainiert. Okay. Team Pikachu. Ne, ich nehme Thundercloud nach vorne. Ich glaube, Thundercloud kann ein bisschen Rock'n'Roll für Rock'n'Roll sorgen. Route 15, Fuchsane City, alles klar. Wissen wir Bescheid. Achtung, Schönheit kommt. Weißt du, ich lebe ganz allein daheim. Deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu trainieren. Wenn man ganz alleine daheim lebt? Na gut, aber man kann ja auch andere Sachen tun. Na ja, das stimmt. Aber immerhin leben wir in der Welt der Pokémon. Los, Fucano. Fucano also. Okay, los geht's. Thundercloud. Blitzer. Unser Blitzer kann mit Donnerblitz ziemlich viel Scham zufügen. Ihr müsst wissen, dass Blitzer nicht nur ziemlich schnell ist, sondern auch ziemlich stark. Zumindest was Spezialankreif angeht. Und Attacken wie Risikoteckel sind gar nicht so stark bei Blitzer. Die sind dagegen stark bei Pokémon wie Flamara. Also man denke da nur an Wächterwölfen. Da ist Risikoteckel besser. Einfach, jede Entwicklung hat ganz andere Werte. Und bei Blitzer ist das eben so. Dagegen bei Aquana sind die Verteidigungswerte ziemlich gut. Spielt da zum Beispiel mal die Taktik von Koga mit Schutscheltoxin. Auf einem Aquana echt, echt eine lustige Kombination. Und damit kann man den Gegner echt gut ärgern. Toxin und alle zwei Runden mal ein Schutzschild einsetzen. Aber gut, zurück zum Kampf. Ja, bitte konzentrier dich, ja? Äh, tu ich doch. Ich besiege jetzt ein zweites Fucano. Nein, nein, nein. So weit wird es gar nicht kommen. Fucano, ausweichen. Fucano, nein! Tada, Nummer zwei besiegt. Unterschätze niemals ein starkes Blitzer. Oh nein. Okay, aber ein drittes Pokémon, ach, hab ich ja gar nicht. Für mich geht es bei den Pokémon nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Ach ja? Worum geht's dir dann, wenn du Pokémon trainierst? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was sie sagt. Ich fühle mich geborgen, wenn ich nach Hause komme und meine Pokémon mich begrüßen. Da ist was dran, aber dafür muss man nicht seine Pokémon trainieren. Also, rein theoretisch. Du findest einen Hypertrank. Ach, lecker. Ein Hypertrank. Oh, oh. Wer ist das denn? Ein Rocker. Wenn du verlierst, lässt du deine Moneten nur rüberwachsen. Verstanden? Jeden einzelnen Cent will ich von dir. Ja, auch dein Glückspenny in deinem Portemonnaie. Wow, weißt du, dass ich einen Glückspenny hab? Ha, mein Arbok. Mein Arbok hat mal durch dein Portemonnaie geschaut. Oh, du Schlange. Haha, wortwörtlich. Also, Arbok, konzentrier dich. Dieses komische Blitzer machst du doch mit links fertig, oder? Nein, 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 nein. Das denkst auch nur du. Donnerblitz, schnell. Oh, nein. Du hast meinen Arbok paralysiert. Schnell, Giftheap. Vergifte dieses Blitzer. Bitte nicht. Oh, hab ich Glück. Gleich noch einmal. Donnerblitz, schnell. Blitzer. Blitzer. So. Kaderbomb, bam, würde ich sagen. Arbok, nein. Oh, Mensch. Das gibt's doch nicht. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Teppichtörtchen. Haha, haha, haha. Vergiss die Sache mit der Kohle. Das war nur ein Scherz. Ein Scherz, okay? Ja, schrei mich doch nicht gleich so an. Wer bist du denn? Hey, Frittchen. Zeit für den Kampf, okay? Ich hab mir ein paar Poké von den Losern hier zusammen geklaut. Hehe. Haha. Du klares Pokémon gehörst du zu Team Rocket? Hehe, denkst auch nur du. Sehst du aus, oder was? Ich gehör nicht zu diesen Losern. Ich bin mein eigenes Team. Ich bin Team, wie heiß ich nochmal? Raffi. Und mein Bruder ist Lorenor Zorro. Also, zeig, was du kannst. Okay, kein Problem. Einmal Donnerblitz für Razav. Bitte schön. Ausweichen. Los, Razav. Und jetzt Karate-Schlag, ja? Hau mal rein. Den Loser machen wir platt. Mit seinem komischen Donner-Pokémon. Elektro-Pokémon, wenn ich bitten darf, ja? Oh nein, Razav. Komm zurück. Schwaches Pokémon. Da hab ich mir echt was von dem richtigen Loser geklaut. Na gut, ich hab noch ein anderes. Das ist viel besser und stärker. Okay. Ich glaube, es ist Zeit für unser legendäres Pokémon Arctos. Komm zurück, Blitzer. Los geht's, Arctos. Wow. Arctos ist auf dem Feld. Das erste Battle. Der erste große Kampf mit Arctos. Und es kann natürlich nur Eistrahl. Spiegel-Cape, okay. Das zähle ich aber nicht so dazu. Zack. Wow, Arctos. Du bist gar nicht so stark. Obwohl, ich dachte, ja gut, Slymok hat auch eine hohe Spezialverteidigung. Ich muss da Arctos etwas in Schutz nehmen. Bei einem Smog-Mog wäre das ein bisschen stärker, aber naja. Ja, der Säurepanzer, der ist natürlich auch da und erhöht die Verteidigung. Ist aber für uns nicht so wichtig. Viel schlimmer wäre es, wenn Slymok die Spezialverteidigung erhöhen würde. Und Eistrahl. Tschüss, Slymok. Manchmal. Ja. Manchmal kann es so schnell gehen. Gut gemacht. Punker Money. Ich pack's nicht. Wie hast du das gemacht? Du hast doch geschummelt, oder? Jetzt mal im Ernst. Wie machst du das? Ich hab gar nicht geschummelt. Das Leben ist kurz. Also sollte man es so cool wie möglich verbringen. Und die Bösen sind immer die Coolen. So wie Team Rocket. Yeah. Ein wildes Omot. Ein wildes Omot. Wie bitte? Wie kann das denn sein? Ja gut. Einer von euch hat mal gesagt, ja das ist durchaus möglich. Stimmt. Wächter Wölfen. Du kommst jetzt nach vorne. Wir schnappen uns noch den Trainer da oben. Und können theoretisch noch das Pokémon fangen. Aber müssen wir eigentlich nicht. Ja. Omot. Lassen wir mal fliegen. So. Arctus. Was hast du entdeckt? Curry. Huch. Leopshuki hat etwas gefunden. Eine goldene Sananabeere. Wie cool. Danke Arctus. So. Zu dir kommen wir gleich. Wir schauen mal, wer da hinten ist. Da ist doch noch... Ah ja, eine Pfadfinderin. An der wir gerade gekonnt vorbeigelaufen sind. TM47 Surfer. Oder für alle Insider VM3. So. Hallo. Möchtest du mit meinen Pokémon spielen? Ähm. Nö. Wie jetzt? Möchte ich nicht. Ja, aber... Wie jetzt? Nein, möchte ich nicht. Ja, aber... Spielen. Nein, ich will nicht mit deinen Pokémon spielen. Aber bitte. Nein. Wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Aber... Wenn du magst, kämpfe ich gerne gegen deine Pokémon. Ja, bitte. Flammenwurf. Oh nein, das... Das ging mir jetzt zu schnell. Ja, tut mir leid. Also, ich kann jetzt auch nicht immer warten. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. So. Wir wechseln mal aus. Gucken mal, was dann passiert. So. Sehr schön. Goldking. Komm ins Spiel. Goldking haben wir schon mal gesehen, oder? Ich überlege gerade nicht, dass wir das schon mal... ...nochmal ansprechen, obwohl ich das schon mal gesagt habe. Manchmal sage ich ja, gewisse Pokémon sind wir noch nicht begegnet. Aber ihr habt gesehen, Blitz hat super tolle Arbeit geleistet. Mit einem Donnerblitz. Ich war zu ungetüm. Äh, was ungetüm? Ich war ein Ungetüm. Ich war ein Monster. Ich muss erst mal ein wenig mit schwächeren Trainern üben. Nicht erst mit dir. Du bist zu stark. Ja, du wolltest doch kämpfen. Oder so. So, aber du bist bestimmt stärker. Alle Trainer, die du hier siehst, sind total stark. Woher ich das weiß, weil ich sie persönlich zu dem gemacht habe, was sie sind. Du willst auch stärker werden? Das sehe ich. Wie wäre es dann mit einem Kampf gegen mich? Mach dich bereit. Du hast die Trainer hier wirklich trainiert? Ja, klar. Naja, also die gerade eben fand ich jetzt nicht sonderlich stark. Hey. Wie sprichst du mit meinen Schülerinnen? Los, Maschok. Okay, los, Wächterwölfin. Ja, das wird ein Kampf, der nicht unbedingt einfach werden kann. Aber ich möchte es durchaus probieren. Flammenwurf. Aha. Naja, mal sehen, wie viel Durchbruch abzieht. Oh, ja, mehr als die Hälfte. Na, Teppichtörtchen. Das geht jetzt leider, muss ich sagen, in die Hose. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. Wächterwölfin, es tut mir leid. Es hat leider nicht geklappt. Wir brauchen deine Hilfe unbedingt. Oder Alex, komm. Ein Kampf zwischen Kampf-Pokémon. Los, Alex. Nock, Nock-Chan. Nock-Chan. Okay, Nock-Chan, Feuerschlag, schnell. Nock, Nock-Chan. Nock-Chan. Auf die 12 besiegt. Gut gemacht, Alex. Nock, Nock-Chan. Und das gibt Level 38 für unser Pokémon. Sehr, sehr schöne Sache. Und Vanessa hat noch ein Magma. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Abkühlung. Magma sind wir, glaube ich, auch noch nicht im Spiel begegnet. Das ist ein Feuer-Pokémon. Sieht aus wie eine Ente. Eine Feuerente, irgendwie. Weil es macht immer ein... Es hat so einen Schnabel. Also irgendwie eine Ente aus einem Vulkan. Irgendwie süß. Ein Feuer-Pokémon. Also heißes Wasser, bitteschön. Heiß und fettig, heiß und fettig. Ja, hat aber den Angriff überlebt. Nochmal Siedewasser, Feuerschlag. Zieh nicht so viel ab. Wir sind ein Wasser-Pokémon. Bringt gar nichts. Siedewasser, schnell, Aquana. So muss das hier laufen gegen einen Trainer-Coach. Sehr toll. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Toller Angriff. Jetzt habe ich auch dich zu dem gemacht, was du bist. Du bist echt gut. Dankeschön. In dir loatert großes Potenzial. Hier. Dieses Team ist genau das Richtige für dich. TM-31 Feuerschlag. Ich glaube, das konnten Maschok und Magma. Mit TM-31 können deine Pokémon die Attacke voll stark erlernen. Wenn du Glück hast, erleidet der Gegner durch sie auch Verbrennungen. Wow. Toller Angriff. Oder Arctos. Sehr, sehr klasse. Oh, da kommt ein Taubsee. Aber auf der Route geht es natürlich noch weiter. Hier gibt es einiges zu entdecken. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns die Route weiterhin an. Die Rechtshung kommt jetzt zur nächsten Folge. Einfach drauf tippen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Damit ihr nichts mehr verpasst. Meine Lieben, bleibt bitte katztastisch. Wow. Wow. Wow.